oey da was geht ab leute teamawelt hier heute mit dem review zu den superquantums dem power ranger deck die jetzt dann am donnerstag in ring raiders erscheinen werden neues set relativ wenig beachtung bekommen ich habe gestern ein review zu den phantom knights gemacht ein anderes themen deck aus dem set könnt ihr abchecken wenn ihr wollt ansonsten werden wir hoffentlich morgen noch ein feature match duel mit den superquantums machen hängt vom praktikanten ab der hat sich das deck mal genau angeschaut also falls morgen kein video dazu kommt hat er seine aufgabe nicht erfüllt und dann schmeißen wir ihn wahrscheinlich raus also falls morgen kein superquantum video feature match kommt könnt ihr euch bei uns melden und dann als neuer praktikant bewerben die superquantums scheinen nicht so schlecht zu sein es gibt auch bilds mit monachen gemischt also das sollte ganz interessant sein vor allem weil jetzt monachen relativ meter ist fangen wir mal mit dem ersten dem roten superquantum red layer feuerkrieger level 5 2800 def falls du keine monster kontrollierst kannst du diese karte als spezialbeschörung von deiner hand beschwören du kannst jeden dieser effekte von superquantum red nur einmal pro spiel zu verwenden der erste ist wenn diese karte genormelt oder gespecial wird kannst du einen superquantum karte in deinem friedhof wählen und sie deiner hand hinzufügen und da steht nicht also dass er sich selber nicht auf die hand nehmen kann sprich wenn du zwei hast kannst du die immer wieder loopen was man auch im monachen deck dann macht und der zweite effekt ist falls diese karte auf dem friedhof gelegt wird kannst du eine superquantum monster karte in deinem friedhof fehlen außer den roten jetzt diesmal und den spezialisch beschwören sprich im monachen deck zum beispiel wenn er jetzt tributet werden würde würde ein anderer dafür kommen ziemlich gut eigentlich ziemlich klasse karte 2000 beatstick der einfach so special kommen kann also fast einfach so von der hand und wenn er kommt kannst du was erden was schon mal plus eins ist und falls er geht ersetzt er sich noch mal selber ziemlich klasse karte ich würde dir 8 von 10 stern geben wird ultra real so ziemlich solide dann kommen wir zu dem grünen superquantum der ist wind hexer level 4 1 6 artikel 1 4 def auch der kriegt seinen effekt wenn er genormelt oder gespecial wird was immer gut ist und wenn der kommt kannst du eine superquantum monster karte als spezial beschwörung von land beschwören bisschen schlecht schlechter schwächer als der davor und falls der auf dem friedhof gelegt wird kannst du eine superquantum karte abwerfen und dafür eine karte ziehen jeden von den effekt kannst du namen pro spiel zu aktivieren natürlich definitiv schwächer als der davor und den spielt man zum beispiel auch nicht in dem monachen mischdeck kamper place aufbauen aber ich finde den jetzt auch nicht so gut natürlich kannst du dann karten abwerfen und dann die superquantums nutzen aber es gibt nur drei von denen also nicht unbedingt zwingend erforderlich vor allem mit der spielfeld zauberkarte dann zu der wir später kommen deswegen würde ich dem nur vier von zehn stern geben sein effekt ist einfach nicht so wichtig und nicht so nützlich dann kommen wir zu dem blauen wasser der spsi sollte man sich merken und level 3 für teleport der 1200 artikel und 2000 def wieder wenn der genormelt oder gespecialt kommt sein effekt du kannst deine hand eine superquantum karte von einem deck hinzufügen außer dem blauen und falls der auf dem friedhof geht kannst du bis zu drei superquantum karten in deinem friedhof wählen und sie zurück ins deck mischen beide effekte nur einmal pro spielzug in seinem zweiten effekt kann er sich selber targeten und dann vom friedhof zurück ins deck mischen sprich du hast immer ein target dann für teleport sprich wenn du die superquantum engine spielen willst musst du den blauen nur einmal reintun was ziemlich gut ist vermindert die dead draws und du kannst hier wenn er beschworen wird einfach den roten suchen ziemlich gut der kriegt auch 8 von 10 stern von mir wird nur er sein der grüne wird super höher sein also gut ultra grün super unter blau jetzt wer kommen wir zu dem letzten monster und zwar superquantalfee alpha was mich schon mal stört ist dass er vom konzept her irgendwie gar nicht einpasst einfach so ein kuscheltier bär aber egal der ist licht fee effekt level 1 0 artikel 0 defense einmal pro spielzug kannst du ein superquantum monster wählen dass du kontrollierst alle offenen monster die du derzeit kontrollierst werden zur selben stufe wie das monster sprich um dann halt zu exiden weil ihr habt ja gesehen der rote ist fünf der grüne ist vier und der blaue ist drei und exiden kann man halt nur mit dem selben rang außer halt man benutzt die spielfeldsauberkarte dann sein anderer effekt ist du kannst diese karte tributen dann zeigst du drei superquantum monster mit unterschiedlichen namen von einem deck vor dagegen bestimmt eine zufällige davon die wird gespecialt auf dem feld der rest geht in den friedhof was auch ziemlich gut ist kannst einfach direkt einen aus dem deck special sein effekt aktivieren und den friedhof füllen für die anderen effekte er ist so eine art sucher und special aus dem deck gibt dem deck richtig konstanz und auch der kriegt von mir acht von zehn sternen qualität noch nicht bekannt von dem ich nehme an kommen weil da nichts steht nämlich mal an wenn da nichts steht dann sind die alt kommen dann kommen wir zu dem ersten exid monster von denen da wir superquantal mac beast grandpulse rang 3 exid wasser maschine 1800 artikel 2 8f der braucht zwei monster der stufe 3 also kann man auch allgemein spielen kann nicht angreifen es sei denn er hat explosiv materialien einmal pro spielzug kannst du ein material abhängen von dieser karte und dann eine zauber- oder fallenkarte auf dem feld wählen und schießen schon mal gut um sterrende karten zu beseitigen immer eine gute option allgemein in allen decks die rang drei spielen um einfach dann floodgates oder sowas zu schießen und dieser effekt kann in beiden spielzügen aktiviert werden sprich du beschwörst ihn in einer runde schuss und dann stand by face vom gegner noch mal schießen dann sein superquantum effekt falls diese karte den blauen als material hat kannst du einmal pro spielzug ein superquantum monster von deiner hand oder spielfeld seite an den als material anhängen was ziemlich nutzlos ist finde ich war zweimal schießen reicht eigentlich und dann öfter willst du es eigentlich nicht machen so gut ist das man es auch nicht wird real sein also keine angst der wird nicht teuer dem würde ich jetzt sieben von zehn sternen geben einfach weil er allgemein in den rang drei exit decks eine gute option ist sollte man auf jeden fall einmal spielen einfach um über stelle und der karten rüber zu kommen dann haben wir als nächstes den vierer superquantum mag bis er boros maschine wind 22 artikel 24 der braucht auch wieder zwei einfach nur zwei level vierer keine beschränkung kann wieder nicht angreifen es sei denn er hat materialien und armhub gespielt zu kannst du ein material abhängen und dann ein anderes offenes monster auf dem spielfeld wählen und es sind die verdeckte verteidigungsposition ändern was ziemlich scheiße ist mein stroke wird nicht mehr gespielt und er sicherlich auch nicht und dann sein zweiter effekt ist wieder falls er den grünen als material hat kannst du wieder welche anhängen also auch relativ nutzlos wird superware sein der krieg von mir drei von zehn sternen der grüne ist sowieso der schwächste man weiß noch nicht ob man den spielte und der jetzt mit zwei vierern auch nicht unbedingt der hit dann kommen wir natürlich zu dem fünfer exit superquantum mag bis magna liger feuer maschine 5 26 artikel 2000 def wieder zwei monster der stufe 5 ohne beschränkung und wieder kann ich angreifen wenn es halt materialien armhub gespielt zu kannst du ein ab material abhängen und dann ein monster auf dem spielfeld wählen und zerstören und der kann auch in beiden spielzügen aktiviert werden also direkt zwei monster schießen ist nicht so schlecht und dann wieder der andere effekt wenn er den roten als material hat kannst du wieder welche anhängen ich weiß nicht ob der effekt jetzt so damals direkt der vergleichheit zu holkar saugus wahrscheinlich auch film war auch 26 artikel glaube ich oder 25 und kann auch ein monster zerstören aber macht dann damage dafür kann er es nicht im gegnerischen zug aktivieren also situations abhängig aber finde ok saugus bisschen besser deswegen gebe ich dem fünf von zehn sternen durchschnitt dann kommen wir zu dem so genannten boss monster von dem deck super quantum mecha overlord great magnus richtig krass langer name licht maschine rang 12 36 artikel 1200 defense wie wir den beschweren zeige ich euch später noch drei monster der stufe 12 oder es gibt auch einen anderen weg noch und falls diese karte auf den friedhof gelegt wird kannst du drei superquantum mech ungeheuer xyz monster mit unterschiedlichen namen als spezialbeschwerung von dem friedhof beschweren problem ist nur dass diese ganzen superquantum xyz nicht angreifen können ohne materialien spricht theoretisch sind sie dann vollkommen nutzlos und diese karte erhält diese effekte basierend auf der anzahl von materialien mit unterschiedlichen namen zwei oder mehr einmal pro spielzug während einer mainphase eines beliebigen spielers kannst du ein material von dieser karte abhängen mit scheine karte auf dem spielfeld ins deck ziemlich krass zielt nicht so wie ich das ablesen kann in beiden zügen einsetzbar also hammer und vier oder mehr material diese karte bleibt unbegriff von anderen karteneffekten außer superquantum sprich wenn du dir mit vier oder mehr raus aus ist es fast so naht tower dann kommt man nur noch mit kampf drüber und falls der gegner monster mit drei sechs oder mehr raus bringen kannst du den anderen effekt einfach nutzen und das ding wieder einmischen und letzter effekt ist sechs oder mehr dagegen kann der hand keine karten durch karten effekte vom deck hinzufügen also rio 1000 effekte alle effekte klasse klasse artikel und die fans problem ist halt wie man den beschwert aber so soll es bei einem echten boss man es auch sein falls er liegt dann könnte es echt geben sein der kriegt von mir 7 von 10 sternen krasse effekte aber echt verrückt rauszubringen dann kommen wir zu der zauberkarte von dem deck natürlich eine spielfeld zauberkarte kriegt jetzt fast jedes neue themen deck superquantum superquantum makership magna carrier wirf eine karte ab und wähle dann ein superquantum monster das du kontrollierst da kannst du ein xyz monster mit derselben eigenschaft wie das monster dass du gewählt hast als spezial beschwörung von dem deck beschwören das zählt dann wie eine xyz beschwörung und den den du gewählt hast auf dem feld der wird dann halt drunter gelegt sprich du kannst einfach mit einem monster auf dem feld und einer handkarte die du abschmeißt und der spielfeld zauberkarte eine xyz beschwörung durchführen problem ist halt dann das ding hat nur ein material und da musst du dich entscheiden entweder effekt nutzen oder angreifen oder dann halt den zweiten effekt nutzen dann irgendwas anhängen und der zweite effekt ist jetzt der effekt in dem man das boss monster beschwören kann zwar kannst du diese karte auf dem friedhof legen von der spielfeld zone und dann drei superquantum xyz monster mit unterschiedlichen namen wählen die du kontrollierst oder in deinem friedhof fliegen was ziemlich gut ist und dann kannst du den das boss monster great magnus als spezial beschwörung von einem extra deck beschwören und dann alle dinger als material verwenden und sogar die materialien die die xyz monster hatten kannst du drunter legen so kommst du halt auch auf die sechs materialien oder mehr ich würde der spielfeld zauberkarte fünf von zehn sternen geben ist solide ist wichtig für das deck aber ist jetzt nicht überbroken kann jetzt nichts überklasses macht halt hilft im deck aber mehr auch nicht und dann kommen wir auch schon zu der letzten eine fallen karte superquantum mecha oversword magnus slayer diese karten haben echt richtig lange namen normale fallen karte wähle eine superquantum xyz monster dass du kontrollierst rüst es mit dieser karte aus und es erhält artikel in höhe seines krangs mal 100 und zusätzlich falls es ein monster in verteidigungsposition angreift füge dem trampel schaden zu während einer battle phase falls du diese ausgerüstungskarte auf dem friedhof legst kann das ausgerüstete monster dreimal angreifen also ich finde die karte ziemlich schlecht also nicht allgemein schlecht also die kann schon was aber seid sehr situationsabhängig und die hilft im deck nicht ihr ziel zu erreichen die hilft nicht im deck das zu machen was es will deshalb eine win more karte die ist halt die down otk orientiert und das ist nicht unbedingt das ziel des decks klar wenn du das auf den mega sort anhängst und er dann dreimal angreift dann ist vorbei aber wenn der liegt dann sollte es sowieso vorbei sein deswegen würde ich gerne nur zwei von zehn sternen geben finde ich echt unnötig muss man nicht spielen hilft im deck nicht die place auszupacken und einfach situationsabhängig ist einfach nur eine win more karte braucht man nicht am anfang und falls man die für game hat dann hat man sowieso meistens eigentlich gewonnen dann ist man in einer vorteilhaften situation aber zwar das quantum deck sieht eigentlich sieht ziemlich interessant aus gefällt mir alle gute effekte ich würde dem sechs von zehn sternen geben weil die meisten karten eigentlich relativ unwichtig sind also diese ganzen xyz braucht man eigentlich gar nicht da kann man eigentlich auch auf andere drei vier und fünfer gehen aber der rote und blaue sind ziemlich gut wird man bestimmt in irgendwelchen decks als engine spielen die gefallen mir auf jeden fall sehr ansonsten wie gesagt morgen hoffentlich ein feature match falls nicht ihr wisst bescheid könnt ihr euch als neuer praktikant bewerben ansonsten sehen wir uns morgen wieder und leidet nicht so viel hey leute ich hoffe unser video heute gefallen falls es euch gefallen hat checkt und schreibt unsere erhandlungen videos auch noch bitte und checkt auch unsere facebook-seite ab da findet ihr sicher auch informativ und interessante sachen ja was leidet nicht